Oh, 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 der lebt noch, der lebt noch, glaub mir. Okay, jetzt aber Vorsicht hier. Jetzt aber Vorsicht hier. Hab ich noch ne Drohne? Ich hab keine Drohne mehr. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, ich hab kein gutes Gefühl. Ich hab kein gutes Gefühl. Oder? Ich hab's doch gesagt, ich hab kein gutes Gefühl. Wow. Also zum tausendsten Mal, ich vermisse den Efen. Der lebt noch, der lebt noch. Eieiei. Okay, das ging nochmal gut. Hey. Hey. Ah, scheiße, geht nicht. Alles klar, jetzt nochmal. Jetzt. Jetzt. Hä? Hä, was ist das? Okay, auch nicht schlecht. Warum kann ich nur boxen? Aber nicht irgendwie schießen oder sowas? Komm her, komm her. Okay, da will ich noch einen mitnehmen. Wo seid ihr denn alle? Ah, schade. Ich hab keine Drohne mehr. Ich hab... Oh, da hat einer mal richtig reingeschossen. Hey, Finger weg von Oma. Ah. Gern geschehen, Oma. Schauen wir mal, was für ne Waffe wir noch da haben. Was ist denn da? Was hängt da? Ist das ein Buggy? Ich glaub, das ist ein Buggy. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße. Feindlicher Scharfschütze! Am Fenster! Zwei Uhr! Boah, da zieh dich doch grad hin. Bitteschön, Oma. Feindlicher Scharfschütze! Ja, ich, jetzt hab ich ihn gesehen. Jetzt hab ich ihn gesehen. Alles klar, danke. Danke. So, hier ist weiter voran. Ja, keine Panik, keine Panik. Wow. Da war doch noch einer. Warte mal. Der ist weg auf jeden Fall. Feindlicher Scharfschütze! Auf dem Steg! Elf Uhr! Elf Uhr? Wo ist der Scharfschütze? C6! Bei den Fässern! Völf Uhr! Ach, die mit ihren Zwölf und Elfen. Ich dreh mich ja die ganze Zeit schnell um. Da weiß ich gar nicht mehr, wo Elf war. Feind identifiziert. Feindlicher Scharfschütze! Auf dem Steg! Elf Uhr! Ach, da oben. Okay, alles klar. Wow! Schießen, schießen, schießen! Komm! Okay. Ist er jetzt weg oder nicht? Gibt's da keine Kiste für Munition? Feindlicher Scharfschütze! Auf dem Steg! Zwölf Uhr! Jo! Ähm. Nein! Zu früh losgelassen! Komm, nochmal! Jetzt! Okay, dann schauen wir mal, wo bin ich hier überhaupt? Ach du Scheiße, ich seh ja gar nichts mehr. Aber wo sind die ganzen Gegner? Da ist ja gar keiner mehr. Signalstörung, wir sind zu weit weg. Okay, wir schmeißen uns mal in die Luft, weil ich glaub, da gibt's keine Gegner mehr. So, wo kann man hier Munition aufladen? Liebe Leute. Alles klar, jetzt kommen die alle. Nicht weit genug geworfen. Keine Muni mehr. Ja, wie soll das gehen ohne Munition? Hallo! Alles klar. Ich muss hier irgendwo doch Munition finden können, oder? Ah, hier! Okay. Danke sehr. Da auch nochmal nachladen. Nochmal auffüllen. Alles klar. Ich glaub, ich hab ne ganz andere Waffe mitgenommen. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, dann zeigt euch mal! Alles klar. Das war dann irgendwie in die Schrotflinte, so ne Art? Ja, ja, lass sie nur kommen. Ja, kommt die auch mal mit? Wir finden die Zivilisten und melden uns wieder bei Stratkrupp. Okay. Wow! Oh, hast du mich erschreckt! Alter, alter Brokes, mach das nie wieder! Wir müssen rüberspringen! Oh, das war knapp! Fever, Raider, sind auf Position! Wie ist der Status? Jo! Auf und davon! Kontakt mit Retribution gescheitert! Solareruptionen stören das Netz! Wir haben noch nicht bemerkt, dass wir hier sind! Feuerdisziplin warm! Wir wollen keine Unfälle! Formieren! Formieren? Alles klar! So, dann wollen wir mal kommen! Brokes, komm! Zurück, eure Schwierze! Ich sag jetzt, voran! Ich bin Commander Nick Reyes! Wir werden sie retten! Owens! Bringen Sie uns hier raus? Ein Transporter wartet für die Evakuierung! Lieb! Die Kameras haben das erfasst! Ein SDF-Schiff kam wie aus dem Nichts! Hat das Feuer eröffnet und den Asteroiden aus der Bahn geworfen? Die Olympus war hier, Captain! Unsere Mechs haben uns angegriffen! Das war kein Unfall! Die SDF muss die Programmierung geheckt haben! Kam es noch weitere Überlebende? Wir waren noch mehr, aber die anderen sind weg! Dann gibt es nur noch Sie! Der Landeplatz ist da draußen! Geschützt von einem Hitzeschild! Das Material hier ist hochexplosiv! Verstanden! Also los! Wenn Sie den Weg zum Landeplatz freimachen, kommen die Bots hier rein! Holen Sie Ihr Weg oder nicht? Holen Sie Ihr Weg! Ja, ja! Warte mal! Ich hab mir doch das schöne Filmchen angesehen da! Mein, oh, mein, oh, mein! Raider richtet eine Landezone für die Zivilisten ein! Achtung! Es wird heiß! Verstanden! Ich bin in Position! Okay! Dieser Hebel öffnet die Rollläden! Ja? Ach du Scheiß! Was ist da unten los? Wow! 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 Was ist hier los? Was ist denn hier los? Verdammte Scheiße! Okay, noch läuft alles gut! Ich hoffe, das bleibt auch so! Okay, da kommt wieder irgendwas, das bleibt platzt! Scheiße, jetzt wird's ernst! Wow, jetzt wird's ernst! Ich muss hier mal raus! Weg, 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 weg! Fuck! Wer leben will, muss Krieg führen! Und wer keinen Krieg führen will, der wird nicht leben! Okay, hey, warte mal! Okay, Scheiß aufs Decken! Machen wir einfach mal weiter! Schade, dass ich mein Schild nicht mithabe! Das finde ich echt schade! Alter, 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 Alter! Warum ist das so schwierig? Verreckt! Verrecke! Okay! Kann ich hier irgendwas aufladen? Okay! Wow! Wow, das war weh gesagt! Hm! Hey, das ist ja schlimm! Ja, ja, ich muss mich mal ein bisschen... ...bisschen konzentrieren! Scheiße, 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 Scheiße! Schnell rein da! Wow! Lebe ich noch? Bewegt euch! Für den Transporter! Los! Er streckt uns geht hoch! Habt ihr, Captain! Hier! Geben sie Deckung! Scheiße! Bin getroffen! Los! Los! Scheiße! Komm mit, komm mit! Ah, den müssen wir leider zurücklassen! Nein! Richtig mies! Hey, komm mit! Lee! Scheiße! Jetzt sind beide weg! Ach, Oma und Lee! Nein, Oma, komm her! Scheiße! Scheiße! Oma! Nein! Sargent! 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 Halt dich schon an! Los, umdrehen! Zurück! Sargent! Er ist da unten, Sort! Sofort umdrehen! Er ist tot, Sir! Wir haben ihn zurückgelassen! Sie konnten nichts tun, Captain! Du hattest einen direkten Befehl! Ich bin die Pilotin des Chefs! Es ist meine Pflicht, uns heil zurückzubringen! Wir heben auf meinen Befehl hinab! Wir hätten erst gar nicht da unten sein sollen! Das entscheide ich! Die Mission geht vor! Omas Worte, nicht meine! Ich bring meine Leute heim, Sort! Wir beide! Captain! Er ging freiwillig! Er musste nicht, Corporal! Zwei Sekunden, Sort! Er hätte nur zwei Sekunden gebraucht! Die zwei Sekunden habe ich zum Abheben gebraucht! Und wenn ich es gewesen wäre! Was soll das heißen? Hättest du mich auch da gelassen? Ich weiß nicht! Doch, tust du! Zögern heißt ein Loch im Schädel, Reyes! Wir beide wissen das! Es ging einfach nur so! Es geht immer auch anders! Nicht immer! Seit wann? Seit du der Captain bist! Rück an, Reyes! Legen Sie los, Gator! Uns liegt ein Notfallbericht vor, Captain! Wann sind Sie da? Wir kommen jetzt rein! Sie werden sofort auf der Brücke gebraucht! Roger, wir haben Zivilisten an Bord! Verstanden! Bereiten hier alles vor! Ende! Ende! Dieser Tag ist noch nicht zu Ende! Wir sollten den Feind bekämpfen! Und nicht uns gegenseitig! Grünes Licht für alles, was nötig ist! Tut mir leid mit Oma Reyes! Mehr auch, Salt! Lieutenant Sorter! Yo, also das ist ein... ...ein Riesenverlust für uns! Oma! Ruhe in Frieden, Bruder! Scheiße! Echt Scheiße! Wir übernehmen das, Sir! Kommen Sie später auf die Brücke, Corporal! Ja, Sir! Die Zivilisten wurden gerettet, aber Oma haben wir verloren! Eieiei! Keine gute Nachricht! Oh, man! Aber die Salt! Was ist passiert? Ein Notsignal von Farron! Sollte auf ihrem Hut sein! Werden angegriffen! Was? Von der Olympus-Watts! Tigres wird angegriffen! Haben wir Kontakt zu Farron! Sonneneruptionen stören uns! Aether versucht, ihre Position zu bestimmen! Ethan, du hast mir gefehlt! Gab es Probleme mit der Aufklärung, Sir? Du hast mir gefehlt, Mann! Du hast ein Leben gerettet, Ethan! Aber es gab ein paar Probleme! Was für Probleme, Ma'am! Staff Sergeant Omar hat's nicht geschafft, Ethan! Wird mir leid, das zu hören, Sir! Gator, ich hab den Captain! Wir kommen jetzt rein! Alter, das ist so ein Manns-Vibe! Eieieiei! Die hat Power, ey! Die hat Energie! Mann, oh Mann, oh Mann! So, dann wollen wir mal! Jo, na guck ich doch gleich mal nach! Danke dir! Ja! Ja, 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 ja! Dann schauen wir mal, was für eine Nachricht da ist! Müssen wir wieder irgendwas anhören! Das ist ein geheimer Bericht über den Kriegsgefangenen aus Genf! Identifizieren Sie sich! Commander Nick Reyes! Wir glauben, Reyes Mission war, sich zusammen mit Artis zu zerstören! So ein implantierter Transponder wäre zerstört worden und das fehlende Signal hätte die Feindworte eingreifen lassen! Stratkom kann nur vermuten, dass eine Invasion folgen sollte! Wir müssen darauf reagieren, Captain! Machen Sie es zu Ihrer Sache! Reinsende! Alles klar! Captain, das Schiff ist in Position! Ja, ich hab's gemerkt! Es war blöd, dass die jetzt dazwischen geredet haben! Ich wollte ja hören, was der... Reyes, wir brauchen dich sofort draußen! Ja, genau du! Du hast immer dazwischen geredet! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ähm... Gibt's noch sehr viele Karten, die nicht aufgedeckt wurden! Ethan, du kommst mit mir! Komm! Schauen wir mal, was wir jetzt machen! Okay! 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 Uh-oh! Captain Farron! So, bring sofort dein Bergungsteam da raus! Da draußen ist niemand Reyes! Gator, Info ans Flugdeck! Ich gehe selber raus! Ich begleite Sie, Sir! Captain! Es gibt absolut keine Lebenszeichen! Ein Totalverlust, Sir! Eine Signalboje! Sie ist nah! Ich hab sie! Nur stellen! Ja, Sir! Hier spricht Admiral Salen Koch von der Olympus Mons! Das Unser Schiff Tigris liegt in Trümmern! Es gibt keine Ruhe für die Gegner der Front! Ich spreche nun zur Retribution! Wir werden sie innerhalb und außerhalb ihrer verblassenden Welt bekämpfen! Ihre Städte werden sich ergeben! Zerbrochen und schwach! Wir werden nicht scheitern! Mars in Aeternum! Das war eine Falle auf Wester! Die Tigris oder die Red mussten reagieren! Es war ein Hinterhalt! Corporate Brooks hat recht, Captain! Brooks ist kein Corporal mehr! Sie sind jetzt Sergeant! Sie sind der Kommandant der Marines auf diesem Schiff! Eine Ehre, Sir! Kontaktieren wir Admiral Raines jetzt, Commander! Nein! Staff Sergeant Omar sagte, man muss die Mission wählen! Nicht umgekehrt! Und genau das machen wir! Also los! Ethan! Aufzeichnen! Roger! Stratkom schickt uns vor! Uns erwischt es! Dieses Mal die Tigris, nächstes Mal die Red! Respekt vor dem Admiral, aber wir machen die Arbeit! Hissen wir die schwarze Flagge und knöpfen sie uns vor! Nicht so, Captain! Die SDF schützt alle möglichen Ziele! Da draußen! Wir werden das Blatt wenden! Wir legen zu Hause selbst einen Hinterhalt! Die Erde, Sir! Wir locken die Olympus nach Genf und schalten sie aus! Das ist mal ein Plan! Darf ich fragen, wie, Captain? Wir haben einen SDF-Transponder! Er wurde dem Agenten implantiert, der Artis in Genf ausgeschaltet hat! Es war eine Selbstmord-Mission! Er hätte beim Tod des Agenten aufgehört zu senden! Wir hätten unsere Geschütze verloren! Und Sie, Ihr Transponder-Signal! Und das führt zum Angriffsbefehl! Die Flotte würde sofort angreifen! Einwindung! Die Geschütze sind aber noch da, Sir! Das muss die SDF ja nicht wissen! Wir werden Sie überraschen! Artis greift die Flotte an! Eine Täuschung! Wir richten an und Sie kommen zum Essen! Und die Retribution? Die nehmen wir aus dem Spiel! Hat genug gelitten! Lichtschlucht weit außerhalb der Atmosphäre! Die Reaktionszeit aus der Entfernung wäre erheblich! Wir könnten nicht helfen! Ein Sprung in die Atmosphäre wäre katastrophal! Allein die Druckwelle wäre vernichtend! Hoffentlich kommt's nicht dazu! Ethan, Taktik auf die Karte! Bericht vorbereiten und direkt an Stratcom schicken! Ja, Sir! Das könnte das Blatt im Krieg Wenden kippen! Ich zähne darauf, Brooks! Bereiten Sie Ihre Leute für den Einsatz vor! Ja, Sir! Mac, sorgen Sie für genug Energie! Captain! Ich will dieses Schiff-Race! Holen wir es uns laut! Bereit, Captain! Ich erwarte Ihren Befehl! Jo, und nach diesem schönen Film verabschiede ich mich! Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Reinschauen! Äh, sag doch! Bereit, wenn Sie es sind, Captain! Ja, ja, hey! Jetzt mal Ruhe, Herr Gator! Äh, sagt doch mal eure Meinung zur Optik! So einen kleinen Film eben gerade! Also, richtig geil! Ich würde mich freuen über euer Feedback! Haut rein, liebe Gaming-Freunde! Bis zum nächsten Mal! 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 Untertitelung des ZDF, 2020